Ich schaue dir ein Spell. Avathe! Macht und Vigidik! Wie ein Charme! Für den König! Avathe! Vigidik! Schau dir das! Charme! Für Honour und Glorie! Feuer und Wunsch! Freiheit! Wir halten ja nicht so lange durch. Reinforziert! Das gleiche Spiel wie eben schon, bloß dass es bloß sechs Wellen sind, das ganz angenehm ist. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt relativ egal, machen wir halt alles auf normal. Ich möchte jetzt nicht ewig damit quälen, dass ich hier an irgendeiner Stelle hier verliere. Aber bisher macht dann auch keinen Spaß mehr. Und ehrlich gesagt, normal ist ja nicht ganz okay. Ist von Schwierigkeitsgrad her eigentlich okay, finde ich. Oh, da kommen sie schon durch, das ist nett. Ich glaube, ich mach mal hier den wieder. Oh, da kommen sie wieder. Freiheit! Oh, hab ich die Dinger nicht hier hingebaut? Reinforziert! Achtung! Hier, Leute! Hearing alle, ich bin ein kleiner Freund! Superboah! Bestes aufpassen, dass ich nicht zu übermütig werde. Das ist jetzt Level 2. Ach! Ach, wenigstens haben unsere Leute jetzt die Bruchssperre, fällt mir gerade erst auf. Die hatten sie ja sonst immer in diesem Teil nicht. Die kommen da eh nicht weit. Das machen wir dann auf der anderen Seite auch. Da haben sie nämlich bald nichts mehr zu lachen. Da brauchen wir links weniger Unterstützung machen, da können wir das eigentlich alles... Ja, links das läuft. Müssen wir eigentlich noch rechts mehr verteidigen. Weil wir links die tolle Haupthitze haben. Okay, ein klein bisschen brauchen wir, aber ansonsten... Schön verbrennen lassen. Oh, ja, es geht schon weiter. Wir haben ja nicht mehr die ersten... Die eine Welle los... äh, vernichtet und... ...kommen schon in die nächste. Hier sind die Demolhunde, die sind gefährlicher. Na komm. Oh, dahin geht's. Ich hätte gedacht, es geht hier runter. So. Und verbrannt. So, der ist auf Maximum. Mach mal die noch ein bisschen stärker. So, ich hätte gern, dass du diese... ...Schrutschüsse machen kannst, damit du hier immer solche Massen vernichtest. Genauso wie dir. Genau den. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich brauch das gerade. Ich glaube, ich brauch das wieder. Freiheit! Für Honour und Glorie! Obwohl, ich lasse es mal vorsichtshalber. Wirklich als letzter... ...Bastion stehen. Weghauen. Hm, nekommanden. Ui! Ich mach mal hier drei rein. Oh, nekomm, die müssen wir jetzt aber schaffen. Schieß auf die Falschen. Hm. Friedemann! Ich schalte, dass ich für diese beschworenen Skelette kein Geld krieg. Friedemann! Komm, mach den platt. Ich mach den. Ich schalte die Falschen. ...er war eine diferentee Gitarre. ...Ein Verastion. Wart und ein Zuhörchen. Wart und ein Verastion. Ausatmen! Freiheit! Bullseye! Alle abwerfen. Okay, Hunde und Hochviele Elementare. Die Frage passen! Freiheit! Bei der Gelegenheit immer so viele Leute verletzen wie nur möglich. So, bist schon wieder im Altenheim. Ah, wenigstens materialisiert sich Dark. Manifestiert, materialisiert, keine Ahnung, sieht hier keiner. Oh, gut. Freiheit! Feuer, ich gewinne! Tres und vier! Aufmerksam! Aufmerksamkeit! 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 Freiheit! Ah, schön, eure Äxte werfen. Okay, sie sind tot, aber sie haben halt zwischen den Äxte geworben. Macht auch noch ein bisschen mehr Schaden auf die Beine. Robert! Aufmerksamkeit! 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 Ich muss nur schauen, in welche Richtung ich am meisten aufpassen muss dann. Vermutlich aber gerade hier so nach rechts, aber ich glaube... Oh, kein Wunder, dass da bloß so wenig Raketen fliegen. Ach, diese Bomben sind so genial. Lass sie nur hochkommen. Werfen, werfen und eure Wurfexte werfen. Ah, gegen die haben sie anscheinend auch nicht viel zu setzen, äh, entgegenzubieten. Oh, das war's schon, ich wollte es gerade weiter ausbauen. Ah, lief doch ganz gut. Bevor ich weitermache, was kann man uns hier holen? Doppelschaden... Oh, Moment, was ist das? Warum kann ich das nicht? Äh... Achso, Moment. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt. Ach, obwohl, doppelter Schaden für Bogenschützen... Max, Mann? Wollte ich gar nicht. So. So. Und ich wollte... Das. Also unsere Unterstützung wird auch mit verbessert. Ähm... Rüstung mit Spitzen... Ein... Ja... Ein bisschen Schaden wird dem Feind zurückgegeben, wenn sie unsere Leute angreifen. Artillerie, Surferers, No Reduction, das ist gleich. Oh, und zusätzliche Scheiben für die Artillerie. Nimm ich gerne. Hatte ich wahrscheinlich schon, ich weiß es gar nicht mehr. So, das schaffen wir jetzt auch nochmal. Keine Artillerie, keine Bogenschützen. Gut, dass ich jetzt nicht Bogenschützenverbesserung genommen habe. Was kommt hier? Ach, das wissen wir ja nicht. Also haben wir... Toll. Das ist jetzt wirklich eine Herausforderung, muss ich sagen. Vor allem, weil ich weiß, dass hier wieder ganz viele kommen werden, die relativ immun sind gegen diesen Mist. Vor allem, weil ich weiß, dass hier wieder ganz viele kommen werden, die relativ immun sind gegen diesen Mist. Nicht gegen diesen Mist, aber gegen... Muss ich schauen. Okay, sie kommen so zuerst. Ach ja, die kommen jetzt alle durchweg. Es gibt ja bloß noch eine Superwelle bei dem Level. Ganz vergessen. Keine Pausen. Nur noch Überstunden. Das heißt auch kein Bonus hier für die Sachen. Zwischendrin. Oh Mann. Schick die Feinde ein Stück zurück. Sollte ich es dann auf jeden Fall wieder probieren. Solche Sachen mit einzubauen, auf jeden Fall. Freiheit! 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 Geh' los! Geh' los! Freiheit! Ich habe die ganze Zeit nur geachtet, was hier passiert, aber nicht weiter. Nein! Verdammt! Ja, so schnell kann es gehen. Ich hasse Wölfe. Nicht nur bei The Long Dark, auch hier. Aber bei The Long Dark hasse ich sie mehr. Ja, übrigens habe ich den Spielstand heute wieder hergestellt. Habe ich gestern auch gemacht, werde ich dann in The Long Dark noch was zusagen. Glaubt mir, es war hart und sehr nervig. Obwohl, warum eigentlich nicht? Kann ich hier Wurfwechste geben? Ihr dürft sie auch nutzen. Ich kann sie ja ewig weit aufrüsten, unsere Leute. Das habe ich vorhin ganz vergessen. Anstatt mehr Türme sollte ich vielleicht auf solche Typen setzen. Ich kann sie nicht wegwerden, dass sie nicht wegwerfen. Vielleicht setze ich ein Stück hinter. Genau so. Mir können sie nicht. Hier könnte ich dann nochmal... Oh mein Gott. Ich habe ein paar Wurfexte auf dich! Hier mache ich auch ein paar Wand draus! Lass mal da stehen. Wurzeln! 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 Oh, hoppla. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Habe ich aus dem rausgeklickt? Schön weiterwerfen. Wie ein Charme. Friede! 3 und 4! 4! 5! 5! 5! 5! Gebeten! 5! 5! 5! 5! Geht mal da hin. So, als letzte Verteidigung. Wenn wir da angekommen sind, weiß ich, ich muss nachsetzen. Okay, hier rechts scheint es zu laufen. Hier links auch. Geld haben wir in Massen. Macht und Magik. Wie ein Schmerz. Ich glaube, das war es auch noch nicht gut. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das war es, aber ich war halt solche Sachen lieber für mich. Riesen auf Maximum. Ich bin mittlerweile auch. Keine Kraft. So. Ist mir eigentlich gerade egal, in welche Richtung wir anfangen, so besser zu verteidigen. Geht mir an. Hauptsache, wir tun es. Keine Kraft. Freiheit! Ich bin jetzt meine absoluten... ... Beschützer hier. Füle Minecraft. Für Ehre und Glück für den König! Oh, aber ich glaube, das haben wir... Ach, ne, da geht's... Ach, ich sollte es wirklich aufhören zu sagen. Oder sagen zu wollen. Ist der vergiftet? Ach, ne, das ist die Fahne, okay. Ach Gott, zeigen wir können denn das. Okay, die machen wir erstmal noch nicht weiter. Fühle Minecraft. Wir machen hier. Ich mache hier eine Festung aus dem. Haut sie in Stücke. Hm, wenn das jetzt nicht gleich fertig ist, habe ich aber trotzdem Bedenken. Ah, so ein Dreck. Das hätte ich jetzt wunderbar gebraucht. Schade. Ein paar Sekunden. Versuchen wir nochmal. Ah, wisst ihr, wie mich das ärgert? Das war, glaube ich, das Ende jetzt. Und dann versauen wir es. Wenn man es am Ende versaut, ärgert einen das immer am meisten. Abwaffe! Macht und Magik, Lato-Varata-Nito! Mach mal gleich zu Baban. Blut! Zeit für Blut! Bring es auf. Wie ein Charme! Für Honne und Glorie! Für den König! Und das mit dir ein Spell! Für Honne und Glorie! 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 Reinforce! Have at them! Roar! Time for blood! Und das mit dir zu tun! Ich bin sehr gut! Ich bin sehr gut! Ich bin sehr gut! Für Honour und Glück! Für den König! Ähm, noch nicht! 3 und 4! 3 und 4! Wurzeln! 2 und 4! 1 und 5! und verbrennt und verbrennt brennt brennt immer wieder und ich schlag 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 euch immer wieder naja, blöde Wüstung bitte Spannende Zeit! Schau für Glösser! Schau für Glösser! Freiheit! Auf dich! Freiheit! Auf dich! Auf dich! Auf dich! Auf dich! Mach oder mach nicht! Es ist kein Geheimnis! Ruhh! Ah! Oh, das nächste kommt wieder die Wurf extra. Wurde für Glösser! 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 Freiheit! Geh' ihm! Frieden! Aufhalten. Jetzt können wir euch die Großen aufhalten. Aufhalten! 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 Lass sie einfach wieder durch! Nein, indem ich einen Idioten... Äh... ...und sie kommen durch. Die Elementare sollten eigentlich die... ...großen aufhalten, aber... ...hat ja wie üblich so gut geklappt. Für Anna und Goliath! Ich will dir ein Spell auf. Ich will dir ein Spell auf. Für den König! Halt! Für Anna und Goliath! Für den König! Halt! 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 Für Anna und Goliath! Halt! 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 Oh, sonst Production! Ah last here... Halt! Äh... A stunner aufinate! Na vonby... Halt! W bisschen... Geht's! So, Ich glaube, mit diesem Mehrschaden werden die Wölfe einfach in viele händliche kleine Stücke gehackt. Hm, die da machen sich nicht viel draus anscheinend. Die haben sich gedacht, oh ja, vielleicht doch nicht. Freiheit! Ich habe sie für Blut. Ich hätte die Wölfe am besten auf ewig ausbauen können. Stell euch mal vor, wenn die dann so viel Schaden haben, dass sie so einen ganz Großen mit einer Axt töten können. Das wäre genial. Aber ich glaube, das wäre dann einfach zu leicht, wenn man das alles endlos ausbauen könnte. Dann bräuchte man nämlich hier hinten bloß eine riesen Verteidigung haben und boah. Ich glaube, hier hinten, das ist trotzdem eine gute Verteidigung, so wie ich es gewählt hatte. Freiheit! Freiheit! Oh, genial! Nimm den in die Rüstung, das ist gut. Die Grenzen sind voll und sie sind frei und nicht einfach so tief. Geh der Friede! Wir treten doch immer noch gegen dich! Aus der Hölle! 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 Alles aufhalten. Kommt, ihr macht sie fertig. Haltet sie mal schön hier. Okay, der große Elementar ist schon mal tot. Oh nein, lass die doch nicht durchkommen. Wieso verliere ich das immer? Ich kapiere das nicht. Wisst ihr, was ich mache? Das ist doch leicht. Ich verstehe das gerade ehrlich gesagt gar nicht. So. Ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber ist mir jetzt gerade auch egal. Ich will einfach den Stern haben. Pass mal auf, jetzt wird es plötzlich zu leicht. Ist aber logisch, es muss ja schwerer werden. Es sind ja die späteren Level. So, ich hoffe, das geht jetzt schnell noch rum. Was ist jetzt eigentlich anders an diesen Leveln? Ich bin mir nicht ganz sicher, kommen weniger oder kriegen wir mehr Geld? Für getötete Gegner. Oder haben die einfach weniger Leben und sowas? Und die machen wir auch noch mal ein Stück stärker, damit die dahinter ein bisschen geschützter sind. Mit ihren Wurfexten. Die machen wir jetzt auch gleich ein bisschen hoch. Fallen die hier. Damit sie wieder ihre Wurfexte haben. Oh, das kostet noch ein bisschen. Oh, da oben sind sie schon wieder durchgelaufen. Oh, ich glaube, die halten weniger aus, tatsächlich. Oh, die Wurfexte machen wir ja wirklich. Haufen Schaden, wenn ich mir das so anschaue. Ah, ich hatte die nicht zu Paladin gemacht. Ich glaube, daran hat es gelegen. Doch, die Gegner halten weniger aus. So, falls doch welche durchrennen. Werden wir sie damit schön im Schach halten hier oben. So. Tatsächlich kommt man so überhaupt fast nicht im Bedrängnis, habe ich das Gefühl. Aber das kommt ja noch. Oh, das kommt ja noch. Was ist das? Muss ich sagen. Und nicht zu glauben, es kommen noch ein paar Level mehr. Oh man, schon wieder ausgeklickt. Entschuldigung. Wann habe ich eigentlich angefangen aufzunehmen? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, ich schaue es mal kurz nach. Ah ja. Wow, spielen schon anderthalb Stunden und sind nur am Failen. Das ist echt ein super Anfang. Vor allem, weil ich heute noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch was aufnehme. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem Krankheitsstand förderlich ist. Oh, ich habe ja schon seit einer Stunde einen Tee stehen. Ja, der ist mittlerweile auch kalt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Zurück zu den Schäden der Hölle! Wie ein Schmerz! Du brauchst zwei Schäden! Freiheit! Okay, der ist tot. Oh, der hat kommen noch. Hey, du wirst dich nicht! Vielleicht muss ich die Schmerzen haben! Wahrscheinlich will ich uns nicht sein! Wunsch deisty die Schmerzen! Das ist die weighted Schmerzen! Auf den Schmerzen! Schwingung auf den Rwand! Der Film! Geh zurück zu den Schäden der Hölle! Sei in deinem Element! So, ba-ba-baaam! Durch den Schiff! Es ist Zeit für uns! Freiheit! Für Honour und Glorie! Reinforst! Das klingt gut. Ah, wir haben gewonnen. Ich habe das unglaublicherweise mal alles auf schwer geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe.